Ja Leute, was geht? Es geht weiter hier mit Let's Play Yakuza 5 Remastered mit mir den Pirates. Wir machen weiter. Schön, dass ihr am Start seid. Und... Was ist denn? Alter, was ist... Hä? Okay. Achso, weil ich so stand. Okay. Gut Leute, wir machen weiter mit einer neuen Folge... Oder neuen Aufnahmesession, besser gesagt. Ähm, ja. Heute... Werden wir... Mh... Genau, heute machen wir erst mit dem Get-Eyes nochmal. Damit fangen wir gleich mal an. Genau. Und ordentlich Nebenmissionen. Und da werden wir gleich auf den... Was willst du auch kommen? Anfang der Session. Da muss ich mich einfach hauen. Ganz wichtig. So Leute, kommt der hier. So ist es jetzt hier. Ernsthaft? Spacken. Gibt es denn natürlich in die Milz? Ich bin da, schmerzfrei. Nichts ist egal. Du... Ist ein Motorrad? Ist grad billig. Fang. Ja. Hast ein Hauptgewinn. Dein neues Motorrad. Oder es war ein Mofa. Neues Mofa. Sorry. Was soll das denn? Was soll das denn werden? Ja, Mist. Ich hab mir in Ruhe. Fisch. Und du kommst mal her. Und rüber. Knuddeln. So, tschüss. Den direkt mal beseitig dir. Ah, die Fresse. Guti. Ähm. Was war hier? Genau. Help. Ja, dann... Das war jetzt in der letzten Folge. Da hat er dann... Man kann sich nicht mehr bewegen. Und hat Probleme. Ja. Man muss vorsichtig gehen. Und ja... Guess I should help him. Wir helfen ihm. Das hätten wir jetzt mal nicht hinbekommen. Und jetzt wollte ich es so gern nochmal ausprobieren. Genau. Ja, genau. Man darf nicht zu schnell laufen. Das war nicht mal das Problem. Der Rahmen ist wichtiger. Genau. Genau. Ja. Ist doch ein bisschen schade, dass man das gar nicht so oft probieren kann. Oder... Das ist dann gleich neu startet. Aber diesmal... Genau. Hier. Ja. So. Snua das rüberbringen. Und dann wird er jetzt gleich sagen. Wir müssen auch aufpassen, weil hier... Bye-bye. Genau, die Leute hier. Oh, die haben fast getroffen. 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 Okay. Oh, die haben fast getroffen. zu konzentrieren. Genau. Gut gehabt. Easy. Gut. Gut, das speichere ich gleich auch mal. Weil ich habe jetzt gelernt, nach jeder Quest einmal speichern, das ist besser. Ja, hier bitte. Dein Zeug. Gut. Deswegen, also hier beim nächsten Mal gleich speichern. Du hast es geschafft. Nice. Goodie. Geil. Genau, speichern wir gleich mal. Ist ja auch irgendwie, wo wollen wir denn speichern? Ich würde sagen, das soll oben speichern, ne? Hier müssen wir nicht unbedingt speichern, wir dürfen. Äh, speichern wir hier. Oder wir speichern zweimal. Wir speichern zweimal. Sicher. Gehen wir sicher, gehen wir safe, weil ich habe die Mission eben geschafft. Und beim letzten Mal musste ich mich eine Mission nochmal machen. Das war nur Glück. Ähm, die, weg da. Die Mission, die ich nochmal machen musste, war rein, ähm, war rein auf einer Basis, dass, ähm, man nur reden musste. Also ich musste nichts tun bei der Mission, indem wir müssen wir eh drücken. Das war ganz cool. Das war diese, mit diesem Hut-Journalisten. Äh, ja, Journalisten. Ähm, ich habe die auch gar nicht fertig, glaube ich. Ne, fertig ist sie noch nicht. Ne. Ich habe das hier, ne? Ich habe das hier, glaube ich, Ball. Barbecue. Mhm. Genau. Und, ähm, darum habe ich jetzt gesagt, ein bisschen immer speichern. Ich habe keine Bock, eine richtige Mission mal neu machen zu müssen. Genau, noch ein Kartenstück, keine Ahnung, wie ich alle finden werde. Mal gucken. Ja, die haben echt viel Sammelquests, ja. Ja, müssen wir mal gucken. Ganz ehrlich, das machen wir ganz entspannt. Sag mal her, du Yakuza, Was war das denn? Was ist denn wieder? Ja, was sind das für nur komische Geräusche heute? Wie vorhin. Oh, ihr kriegt einen Dammbaum. Magst ihr Weihnachten? Was ist denn das für nur ein Dammbaum? Echt praktisch? Nein, der Fettsack. Ja. Ich prügel den Fettmann hier rein. Was? Ja. Oh. Das ist einfach ein Monster. Warte. Dann würde ich sagen, speichern wir da und dann machen wir die als nächstes. So. Das ist aber so cool. Das ist ja mittlerweile. Was? Ach nee. Ihr wart dann. Speichern dann nicht. Da muss ich echt unbeständig da rum. Was denn? Oh ja. Oh Leute. Ja. 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 Mit dem Schwert, Alter. Na klar. Ja. Du bedanfst. Ja. Ja. Wir wollten mit dem Messerchen. Bist du arm aus Stahl oder warum denkst du, du kannst mit dem Arm blocken? Alles. Oh. Verwärtig. Alles. Ja. Alles. Ja. Easy. So. Und wieder hinrennen. Ha. messer in die fresse und faust in die fresse dann speichere ich hier und dann machen wir das ja dann ja wieder polizei vergessen ja wir essen muss sie das special taste halt das mal hast du mir leid ich habe gar keinen hunger weißt du, der wartet da so lange bis die Kellnerin kommt und sagt nee, doch nicht ich hab aber schon gegessen hab vergessen geil ja, 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 alles gut safe okay, da oben oh, was willst du? ich hab gerade gut gegessen, mein Freund das hat die hohe Energie weg ey, tippe dich in den Arsch, alter was ist mit dir denn los? tippe mich, habt ihr es eben gesehen? tippe mich einfach in den Arsch rein wepp, kleiner du kleiner Bastard wepp, 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 wepp wepp, 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 wepp wepp, 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 wepp wepp, 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 wepp komm her, Hündchen tschüss was ist das denn wieder? hast du Angst und hast du ein Hund? die Geschworene entscheiden noch so ja, 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 die Fresse so, ähm, Hallöchen wer bist du? kenn ich dich? ne was ist da passiert? oh oh aha, fuck ja, dann bestell's doch einfach dann, oder mach doch bestell's doch einfach und dann war gut hm okay kann ich machen okay sicher sind gemeint ne muss ich denn nichts drücken? oder muss ich denn so irgendwie dann laufen? ja okay okay ja, okay und wie check ich das? wo die sind? also hier sind die ja ne? so, ich muss also ich muss mir jetzt bestimmt jetzt sagen äh ich speichere das mal warte mal ich speichere das auch mal ich bin mir jetzt nämlich nicht in der da ähm, okay hier ist ein Pinguin, schätze ich mal ja äh Bär okay, warte mal abgeguckt auf einer Seite ich guck mal was passiert jetzt ich geh ja , haben wir uns ich habe absolut keine ahnung oder jetzt verstand gute frage mal gucken ich schnell ich google das jetzt nicht nach nein also ich nicht tun und feste du feste manager genau genau der menschige ich habe keine ahnung wird es da war gar kein weil ich dann komplett rumlaufen das ist ein paar da 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 das ist Ah, sorry, aber dann keine Ahnung wie das sonst geht, dann müsste ich da rumlaufen und dann ja, ich bin, ich bin, ich spiele als Jakuza und nicht Memory 5, das weiß ich nicht. Das war ein Fuchs, ein Fuchs, das ist kein Eichhörnchen, siehst du, siehst du, nein, siehst du, guck mal, ich habe gut geholfen, also, genau, jetzt kann er seine Map da drucken, seine Karte, und das war dir jetzt zu viel Arbeit, oder wie, da mal kurz rumzulaufen und dann, okay, gut, danke, tschüss, büßü, geschafft, nice, gut, wieder zurücklaufen, So, dann die Straße runter und dann kommt die nächste Quest, ja, okay, warte, wir können es ja auch mal so angucken, warum nicht, also, hier war der Pinguin, Das war echt ganz cool gemacht Oh, hier ist der Fuchs Hier ist der Bär Ach, der ist hier Hier ist der Engel Ja, der wollte natürlich ganz rumlaufen müssen, nur, okay Die nicht mal komplett Jetzt Ist aber schon echt cool gemacht Oh, ja, ist schon ganz cool Echt geil Gut Guti, so, haben wir die Quest ein bisschen anders gemacht, als sie gedacht war Ja Egal Passt gospel Gary Guti Christi Guti Ifat Merkel そbald